Moin Leute, was es geht? Willkommen zum neuen Community Crunch, dem 407. Ja, heute geht es um Premium-Mods, einige andere Mods, ein bisschen was, ganz wenig zu The Center und besonders Premium-Mods für die Konsole, ja, und halt einen großen Patch auf jeden Fall. Da erwartet uns die Woche anscheinend was Großes. Hier wird geschrieben, dass wir im Prinzip sie an The Center weiterarbeiten, den Release im Endeffekt für Juni einzuhalten. Sie arbeiten schon an Aberration, genauso wie auch an den nächsten Teilen vom Bob Telltale, als vom nächsten Teil des Season Pass. Dann haben wir ein Bild gedroppt bekommen, das Ganze ist von Svartalfheim im Endeffekt, der Premium-Mod, oder es gibt ja im Prinzip eine normale Svartalfheim-Version, also eine Test-Version nenne ich es jetzt mal, und es kommt ja eine Premium-Version, die auf PC gibt es ja schon, auf Konsole, wie gesagt, kommt die dann auch demnächst. So, hier wird aber immer geschrieben, dass sie einen großen Patch in der Zertifizierung haben, das heißt, sie hat im Prinzip eingereicht bei Suni und bei Microsoft, der wird aktuell geprüft, und der wird dann im Endeffekt die Premium-Mods auf die Konsole bringen und einige andere große Sachen, also Balancing-Patches zu den schwarzen Perlen und Deathfirmern, zum Beispiel gibt es auch dann mit dem Wetter-Nerf auf Scotch-Earth, dass nicht mehr so ganz oft das Wetter auftritt, ein Fix bei den Bienen, beim Thüler-Jump, bei dem Feueratem der Wyvern und halt auch generell viele, viele Anpassungen. Da wird die Woche, wird jetzt geschrieben, weil das heißt wahrscheinlich so, ja, wenn wir es mal laufen, der nächsten Woche wird es passieren, da wird ein großer Patch kommen, dazu kann ich auch nochmal gerne ein Video machen, wenn das Ganze dann live ist. Holyfile ist seinen dritten Geburtstag und haut geile Aktionen raus ein, einen neuen Energy gibt es, plus auch neue Collectors Edition, wo ihr richtig coole Dinge rausbekommt. Wenn wir uns die auf der Seite hier anschauen, dann sehen wir erstens, wie gesagt, den neuen Energy, der jetzt rausgekommen ist, dann haben wir im Endeffekt die Collectors Boxen, wo ihr immer einen Shaker, eine Dose im Design, plus eine streng limitierte Karte, das heißt also, die sind auf 3.333 limitiert, die gibt es in drei Farben, wie gesagt Gold, Silber und Bronze, dann gibt es coole Goodies mit geilen Shakers und das Ganze, wie gesagt, hier zum Ausprobieren, checkt es auf jeden Fall mal ab, die neuen Sorten, wenn ihr Bock habt, Link, wie gesagt, in der Beschreibung und ihr spart mit dem Code SHARIO bei jeder Bestellung immer 10% und es geht weiter im Video. Ja, das sind zum Beispiel so ein paar Premium-Mods, die es auf jeden Fall schon gibt, SWATAL5 Premium, dann gibt es hier Anomalokaris, achso, das ist dieser Fisch, der hat mir schon mal irgendwann anders in einem Crunch vorgestellt, die Gaia Potion, die Karte Revenants hat ja auch mittlerweile eine Premium-Version, Survive the Night hatten wir auch schon beim Crunch, Omega Ascendant kommen wir nochmal gleich zu und GD Skylands kriegen wir auch nochmal gleich ein bisschen was zu sehen. Dann gibt es einige neue Mods auf jeden Fall, die wir uns mal anschauen können, es sind ein paar dabei, die ich sogar schon vorgestellt hatte, immer sehr lustig, wenn die auch dann hier im Crunch auftauchen. So, gehen wir auf jeden Fall mal rein, gucken wir mal an, was es so schön ist in der neuen Welt der Mods gibt. Hier haben wir auf jeden Fall das Tactical Bunny Outfit, ist auf jeden Fall ein Custom-Cosmetic, das heißt, wenn ihr schon immer mal auf den Office-Servern oder auch generell im Spiel mit einem taktischen Hasen-Costüm rumlaufen wolltet, Leute, ist das auf jeden Fall die Mod, die ihr euch runterladen solltet, Tactical Cosmetic Bunny Skin, ja. Dann gibt es auch den Dimos Cosmetic Bunny Skin, also alles hier im Zeichen der Hasen heute, ist doch gar kein Ostern. Auf jeden Fall gibt es auch hier einen taktischen Skin, dann haben wir Chainlink Fence Skin, das heißt, damit könnt ihr im Prinzip hier Zäune umändern, das Ganze auch in Custom-Cosmetic, also wenn ihr immer schon mal so ein bisschen Stacheldrahtzaun in eurer Base haben wollt, auch hier gibt es jetzt da in der Mod Abhilfe. Shanty's Town, teils jetzt auch in Custom-Cosmetic, hiermit könnt ihr halt eure Gebäude so ein bisschen anders aussehen lassen, kann man so ein bisschen verranster, sag ich jetzt mal, sieht das Ganze so ein bisschen aus, würde auf gewissen Karten vielleicht ganz cool aussehen. Modern Furniture Skin ist halt generell hier ein Custom-Cosmetic, um halt eure Möbel etwas moderner aussehen zu lassen, ja. Also das gibt es hier irgendwann auch noch. Einfach hier so ein Grill und sowas. Artefakt Pedestal Skin ist im Endeffekt hier die Podeste für die Artefakte, dass ihr die halt hier so aufstellen könnt, dass es optisch ein bisschen schöner aussieht, seht ihr, wie die halt dargestellt worden sind. Dann haben wir eine Premium-Mod, nämlich hier GG Sky Islands. Dazu wollte ich auch nochmal ein Video aufnehmen. Damit könnt ihr im Endeffekt solche fliegenden Inseln platzieren und könnt darauf eure Basen bauen. Das sind einfach hier so komplett eigenständige große Inseln, wo man sogar Klippen-Plattformen dort ranbauen kann, um das Ganze zu erweitern. Also ziemlich nice. Wie gesagt, wollte ich mal ein Video vorstellen, weil die Idee finde ich gar nicht so verkehrt. Im Endeffekt hier sind es diese Inseln platziert man mit dieser Mod und man kann halt dann schön auch hier mit Plattformen dazwischen das Ganze verbinden. Ist halt ein bisschen schade, dass es halt eine Premium-Mod ist, weil so muss halt jeder auf dem Server die Mod ja kaufen. Dann haben wir Omega Ascended. Das ist im Prinzip eine Mod, also auch eine Premium-Mod, die ganz viele Varianten von Kreaturen hinzufügt. Hier zum Beispiel sowas wie Stein. Eben hatten wir so ein bisschen Tech. Das Ganze hat ein bisschen übertrieben. Ich weiß nicht, ob hier vielleicht schon mal früher sowas wie Primal 4 oder es gibt ja auch ganz andere Mods, die es früher bei RSE gab, wo so mit abgedrehten Dino-Versionen man zu tun hat. Ungefähr sowas in der Richtung ist das hier auch. Ja, so ganz grob in der Richtung gibt es ganz, ganz, ganz viele Sachen. Zigtausende Kombinationen, ja, also hier mit ultra abgespaceden Dino-Varianten. Also alles mit dabei, was man hier so an Gegnern hat. Ja, ist vielleicht ohne Mist, ich glaube, es macht bestimmt Bock, aber man muss es wahrscheinlich auf eine separate Karte packen. Ich finde, es ist ein separates Abenteuer, weil ich glaube, damit normalerweise wird es schwer. Dann haben wir Clay's Strike, also hier Strike Edit, ja, also im Prinzip die Überarbeitung der Trikes. Genau, die kann ich im Prinzip auch draufpacken. Sieht eigentlich ganz süß aus. Oder? Hat doch eigentlich was. Jumping Spider, dazu habe ich gerade ein Video geladen gehabt, gestern Freitag. Finde ich eine sehr, sehr geile Mod. Also gefällt mir wirklich richtig gut. Ihr seht noch ein paar Fähigkeiten der Spinnen, auch das Klettern. Ich sage, ich habe das nochmal in separaten Video nochmal einzeln gezeigt, auch dieser mega geile Jump. Also wenn ihr da Bock habt, könnt ihr auf jeden Fall euch das Ganze mal anschauen. Wie gesagt, ich habe hier ein komplettes Jumping Spider mit Taming etc. Alles hochgeladen. So, das sind die ganzen Mods, die wir eben hatten. Hier sehen wir noch ein bisschen was zu der Premium Mod, Arc Omega Ascended. Wird auch geschrieben, dass wir über 1000 Versionen von jeder Kreatur haben, also ultra abgespaced. Und hier haben wir nochmal ein Bild, wie gesagt, zu dieser GG Skylands Premium Mod, wo man halt dann im Endeffekt diese ganzen einzelnen Inseln aufbauen kann. Ja. Dann wird es anscheinend hier neue Premium Modded Server geben, wo im Endeffekt dann die Mods drauf sind. Das heißt, ihr könnt einfach hier drauf spielen, PVE Modded Arc Omega 120, das heißt, ihr habt im Prinzip offizielle Server, wo ihr dann einfach mit dieser Omega Mod drauf spielen könnt. Und wenn ihr euch die halt gekauft habt, das ist ganz richtig. Die habt ihr natürlich ja nicht kostenlos. Die müsst ihr euch ja erst zulegen. Ja. Dann haben wir die Arc Apocalypse Server, haben wieder den nächsten Vibe. Hier im Mai am 24. Gibt es da den nächsten Vibe. Sonst haben wir halt noch die erhöhten Bonusraten vom 26. bis zum 29. Und das war's. Ja. Einiges Cooles dabei. Ich bin mal gespannt, wie das mit den Premium Mods so ein bisschen weitergeht, wie welche Mods halt da noch so alles rauskommen. Wenn ich mal Premium Mods vorstellen soll, dann schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Dann kann ich mich da auch mal gerne dransetzen und versuchen, da das ein oder andere hochzuladen, dass ihr euch schon mal vorher informieren könnt, ob ihr euch die Mod kaufen wollt, etc. Da können wir eigentlich mal gern irgendwas machen. Klar, so Mods wie dieses Arc Omega Ascended, das wird halt ultra schwer darzustellen, weil diesen Umfang, die diese Mod hat, die in ein Video zu packen, man kann es halt nur anschneiden, weil zum Beispiel, man kann nicht mal alle tausend Versionen oder Varianten erklären. Weißt du, was ich meine? Das wird auf jeden Fall ein bisschen schwer werden, das irgendwie unterzubringen. Aber Revenant, zum Beispiel habe ich euch die normale Version gezeigt. Wie gesagt, dieses GG Skylands kann man zum Beispiel ganz gut zeigen. Also da gibt es auf jeden Fall einige Sachen, die man hier sich zeigen kann. Leute, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare und könnt ihr mal dazu schreiben, freut ihr euch auf die Updates? Wie findet ihr aktuell so Arc? Könnt ihr mal ein paar Sachen in die Kommentare schreiben, wie aktuell euer Stand zu Arc? Das würde mich mal mega interessieren, weil doch ja einiges jetzt passiert, gerade auch mit Scotch Earth, dass bis was geupdatet wird, das finde ich ziemlich gut, dass es jetzt durchkommt. Und ja, die Premium-Mods auf Konsole war halt mal Zeit, weil so haben die Mod erhalten mehr Möglichkeiten, weil die Premium-Mod nur für den PC zu bringen wahrscheinlich ein bisschen doof ist. So hat man jetzt den Release auf allen Plattformen und ich denke, das ist wahrscheinlich auf jeden Fall besser.